wenn man Bock an so Survival Dingern hat Wasser Eimer habe ich nicht Egal, Aua Das geht nicht anders, ne? Ja, das ist ein Obsidian Block Okay, kann ich kurz deine Schaufel haben? Ja Nein Nein? Okay, dann geht der her Hattest du dich schon? Nee, ich muss noch Weil ich habe keine mit Egal, dann muss ich mich nach unten bringen Was ist denn da unten? Eine Scherbskiste Hier irgendwo? Sicher? So ungefähr, ja Aber pass auf Bring Boden runter in diesen Weg Genau Okay, geht auf jeden Fall noch ein bisschen runter Da ist Ende Okay Komisch Vielleicht war es auf einem anderen Gas Block, Kreis, was auch immer Und Und Ach, hier ist diese Kiste Mit einem Diamanten Und ganz viel Gold Super Den zweiten Goldplatz schon sagst du? Äh, den dritten Drei sogar schon meint Ja Nee, auf jeden Fall Hier war auf jeden Fall was drin Da bin ich mir sicher Wo drin? Habe ich mich gefreut Nach einer zweiten Kiste noch eine dritte zu finden Hier, da wo wir auch gebrüht haben Das war dann eher so Pass auf Pass auf Ich geh da hinten die Kiste abchecken Die hab ich ja gemacht Die hab ich ja gemacht Nein, da gab es hinten noch was zu machen Mhm Okay, schwierig Eine Nadel im Heuhaufen zu finden Oder eher im Grashau Pass auf Ja, das ist safe, alles safe Boah, wenn hier gleich ein Loch in dem Oh Das gibt den nächsten Glasblock Äh, Goldblock Okay, super Und Iron auch Hier ist kein Loch in dem Glas irgendwo, oder? Ja Nicht, dass ich wüsste Okay, dann können wir uns so langsam zu Iron Man transformieren Ich brauche dringend was zu essen Ja Wo bist du? Äh, in einem Holzblock Äh, wie viele Diamanten haben wir? Ich hab ein Ich hab auch ein Okay, wir brauchen unbedingt noch allen Wir müssen Kohle, 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 Kohle Kohle Mal so ein Kein Gold drin Äh, doch, ich hab 19 Gold Ach, äh, ich mein, ein Diamant? Nein Wir müssen diese Kiste mit dem Diamanten finden Ich suche Ich bin Hundertprozentig sicher Werde ich mehr Du kannst ja so lange die anderen Ressourcen abbauen, aber ich bleib bei diesem Grad in diesem Dreckblock Okay Ich werd ihn finden Nicht aufgeben, Timo Niemals Niemals Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden in diesem Stein-Ding Okay Okay Ne, jetzt bin ich aber schon am Glas Das kann nicht sein Jetzt werden mich bestimmt alle für verrückt abstimmen Was gibt's denn hier noch für coole Dinger, die man abchecken kann Warst du schon bei dem Netherstone da oben? Netherstone? Nein 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 Okay Dann pull ich mich mal in die Richtung Okay Boah, ich brauchst du dringend was zu essen Ja, ich hab einen Apfel dabei, falls es nötig wird Ja, ich hab noch zwei Hungerbalken Hi, hi Nein, der wird mir zu knapp hier Zu knapp hier Jawohl Jawohl Ist klar Mit dem Hunger hätte sich erstmal wieder Ja Ist aber im Glowstone Ja Da ist glaube ich einer Ne, noch nicht Ne, noch nicht Ach ja, hier ein Pilz vielleicht Alter, wie oft regnet hier Schon wieder? Oh, mach ich los Ich mach Fluch 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 Jetzt würde ich das Buch vorstellen Moment, was steht eigentlich im Buch? Also, ein Enderman hat auf dieser Insel eine Kiste versteckt mit ganz vielen Smaragden. Das heißt, hier ist irgendwo noch Smaragding? Ja, auf der Villager-Insel. Echt? Ja. Das heißt, gleich wieder zur Villager-Insel. Exakt. Okay. Ich gebe es, glaube ich, auf mit dieser Kiste. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die ist da irgendwo drin. Naja, man kann nicht alles finden. Eben. Ich glaube, ich bin schon froh, wenn ich überhaupt diese Emirate-Kiste finde. Auf der Villager-Insel? Genau. Ich gucke noch mal im Erdblock. Okay. Das gibt es doch nicht. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Okay. Putz-O-Aufnahme unterbrechen. Susan, wieder da. Hallo. Bist du schon rübergegangen? Ja genau, ich bin schon. Ich habe für dich so eine kleine Spirale aufgebaut. Da unten einfach rein? Ja, also zum Grasblock hoch und dann halt diese Wendeltreppe hoch. Ich versuche mich da irgendwie hin zu befördern. Okay. Weil ich nicht mehr gerade viel Leben habe. Okay, ich sehe die Wendeltreppe. Okay. Immer diese Endermans, die eine, die Smaragde-Clown. Ja. Aber gut für uns, ne? Schon gefunden? Nein, aber ich habe gerade die Erde runter, wie ein verrückter. Ich habe auch keine Schaufel mehr dabei. Okay. Da ist nichts mehr. Drunter ist auch nichts. Ich gucke mir das von weiter hinten an. Okay. Irgendwo auf dieser Insel müsste die sein, laut dem Buch. Und wie jeder weiß, Bücher lügen nicht. Hogwarts existiert wirklich? Sicher, das dort nichts ist, Timo? Ich habe ja nicht alles durchsucht, eher so stichprobenmaßlich. Ja, okay, ich auch. Ne, was ist das schön, buddelt sich so durch die Gegend. Und wo kommst du raus? Im Sonnenaufgang. Ach, ist das schön. Okay. Okay. Ehrlich. Ja. 28 Mal kreaktale Unruhe. Nummer geil, ey. Nur noch anderthalb Wochen, dann sind Ferien. Jey dann geht es erst so richtig los und dann gibt es einen neuen PC wenn wir uns morgen raussuchen genau das heißt let's play es in noch bessere Qualität Leute ja und vor allem noch geilere Spiele ja ich meine was du alles bei Steam hast ne ja dann kann man nachrüsten und dann geht es erst mal so richtig los ok jetzt kannst du mal rüberkommen also zu dieser Brücke von dem Blast Block hat Niklas auch MW2? MW2 ja er hat MW2 du auch? ja MW2 habe ich auch ok dann würde ich sagen geht es erst mal bei MW2 richtig aufgefressen ok da bin ich also guck dir dieses Stein Ding an das ist nichts zu übersehen ist so ein Quadrat beziehungsweise Würfel das sieht ziemlich auffällig aus bleibt mal da stehen ich würde mich darunter ok du musst mich lotsen warte du warst du schon glaub ich passt bloß auf ja Moment ich guck mal wo das so ungefähr sein sollte siehst du meinen Namen? ja warte mal da kurz nicht bewegen ich sehe da was Holz steinmäßiges ich rede ich hier ist es ja ja glaube ich zumindest Smart das müsste der sein oder? höher hm 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 ich kuck mal wenn ich nur den Namen sehen würde matschule nur ein bisschen auf und ab so wie ich habe er über mir nein das ist der falsche ist aber auch ein Stein der Füße an und doch doch das ist er das ich sehe die Kiste von hier wir bräuchten eigentlich nur Wasser ja wo ist die Kiste denn Oro okay dass sie so blind waren was wird jetzt bei mir wirklich ja schon mal da hä da unten ja da kommen wir auch ohne Wasser dran ja schon aber bleibt mal da und sagt mir wo ich mich runterbuddeln muss m jetzt ein bisschen risikomäßig ich sehe den Namen nicht er hat gesagt also dann auch kurz aufzustehen wenn es geht glaub ich mir da wirst du ja ein bisschen ein Block weiter nach rechts